Die Familie Wollny wartet gerade auf den nächsten Nachwuchs. Nestekien Loredana bekommt ihr erstes Baby. Damit wäre Silvia Wollny inzwischen bei 16 Enkelkindern. Aber Moment mal! Wir erinnern uns an die Schwangerschaftsverkündung im Sommer. Da schrieb Silvia auf Instagram nämlich, dass sie zweimal Großmutter wird. Welcher Wollny ebenfalls Nachwuchs bekommt, wurde bislang nicht verraten. Könnte es sich hierbei um Sarah Jane Wollny handeln? Es gibt einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass Sarah Jane mit ihrem Tino Nachwuchs erwartet. So postet die Blondine in letzter Zeit nur Throwback-Bilder oder Fotos, die sie von hinten zeigen. Ein Babybauch lässt sich durch diesen Winkel natürlich super kaschieren. Auch dieser Schnappschuss beim Friseur ist so aufgenommen, dass Sarah Janes Bauch nicht zu sehen ist. Sonst präsentiert sie sich in ihren Storys nur bis zum Bauch. Außerdem erklärte Sarah Jane vor einiger Zeit, wieder etwas zugenommen zu haben, was auch in ihrem Gesicht zu sehen sei. Ob es sich dabei wohl um Schwangerschaftspfunde handelt? Spätestens in der familieneigenen Serie Die Wollnys werden wir erfahren, ob Sarah Jane tatsächlich ihr erstes Kind erwartet.